Ja, wir sind jetzt hier im Schloss angekommen. Es ist wunderschön. Die Kinder beziehen ihre Zimmer. Ist der Hammer. Am schönsten ist hier eigentlich unser toller, toller Vorraum mit der riesigen Treppe hier. Ganz toll ist, dass wir hier eben im Schloss drehen und hier wirklich alles, alles parat ist, um hier einen ganz hervorragenden Film zu machen, vor allem in dem Genre, was wir vorhaben. Märchenfilm. Wie findet ihr es im Schloss? Geil. Auf jeden Fall besser als wie auf der Klasse, wo es aussah wie im Klasse. Und es gibt sogar einen Spielplatz, wo gerade keiner ist. Vermutlich sind alle auf den Zimmern.